Musik Also ich wollte schon immer einen Kampfsport machen und dann ist es irgendwie Karate geworden einfach. Ich finde Karate ist ein sehr außergewöhnlicher Sport, es ist nichts Gewöhnliches, sagen wir mal so, aber es ist einfach echt ein cooler Sport, weil es trotzdem irgendwie vielfältig ist und es geht einfach immer zu, sagen wir mal so, es ist immer was Neues dabei. Also mir taugt es voll, weil es ein extrem vielseitiger Sport ist. Es sind wirklich voll viele Aspekte, die involviert sind, besonders Schnelligkeit, Konzentration. Und Karate ist aber eine emotionale Sportart, also es ist ein Feuer da und es passiert was. Ja, also ich finde es sehr schön, dass Karate so eine Randsportart ist, aber ich glaube meines Erachtens wissen viele Leute gar nicht mal, was Karate ist, weil es halt von Filmen, wie zum Beispiel Karate geht, ganz anders halt irgendwie rübergebracht wird. Dritte, Schläge, Würfe. Davon gibt es in diesem Sport genug. Doch was steckt nun eigentlich wirklich dahinter? Ja. Bei uns gibt es eben zwei verschiedene Disziplinen, das ist einmal das Cutter und das Komite. Beim Cutter, da reden wir eigentlich mehr von einer Form, das sind Techniken, Bewegungsabläufe, die man auswendig lernt und eben auch vorführt nachher. Und dann wird bewertet nach einem Punktesystem, wer das besser vorgezeigt hat. Und dann gibt es eben nur das Komite, das ist das, was ich mache, das ist der Freikampf. Und man kann eigentlich sagen, dass es eine Mischung ist aus Judo, Daekwondo, Boxen, alles zusammen. Also wir haben Schläge, wir haben Dritte, wir haben aber auch Würfe. Und ja, ich würde jetzt allen Kindern empfehlen, ins Karate-Training zu kommen. Diesen Tipp hat Laura Ziller befolgt. Die 19-jährige Polizeisportlerin aus Adnet in Salzburg hat bereits im Alter von sieben Jahren mit Karate begonnen. Mittlerweile darf sie sich U21-Vizeweltmeisterin nennen. Auch für die Zukunft hat Laura große Ziele. Also Ende März findet die Europameisterschaft in der allgemeinen Klasse statt, für die ich mich jetzt wieder qualifiziert habe. Also ich bin jetzt das zweite Mal dabei bei der allgemeinen EM und auf das Freimischwirtisch wirklich. Und dann natürlich auch im Oktober, also Ende Oktober und Anfang November, findet hier bei uns die U21-Weltmeisterschaft statt. Und da möchte ich natürlich meinen Titel verteidigen. Ziele, die ihr Teamkolleginnen jedenfalls zutrauen. Also ich glaube, die Laura kann in Karate alles erreichen, was sie noch will. Und sie trainiert sehr ehrgeizig. Und ja, also ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Natürlich träumt jeder mal von den Olympischen Spielen. Nächstes Jahr Tokio wird sie für mich wahrscheinlich eher nicht ausgehen. Aber ich hoffe natürlich, dass wir in Zukunft auch noch dabei bleiben werden und dass sie meinen Traum vielleicht für die nächsten Spiele erfüllen kann. Eines steht für Laura, aber ganz klar an erster Stelle. Mein Ziel ist auf jeden Fall, dass ich meinen Spaß, den ich im Sport habe, auch über die Jahre nicht verliere. Und dass ich es einfach nur gerne mache, das steht bei mir auf jeden Fall im Vordergrund. Einfach als er in einem Wettkampf dranhängt, das ganze Emotionen, das macht dich vorher komplett fertig. Und dann bist du komplett fertig. Und die Emotionen gehen hoch und runter und man freut sich. Denn da sind wieder Tränen aus Freude und Tränen, weil es nicht gelaufen ist. Es ist einfach das Gesamtpaket. Und man lernt einfach so extrem viel durch den Sport. Und das ist das, was mich eigentlich bei mir hat. Mein Motto ist, kämpfe mit Leidenschaft, Siege mit Stolz, Verlierer mit Respekt, aber gib niemals auf. Bambu!